und hallo und herzlich willkommen wieder zu Snipern Snipern für Anfänger Alter ist das grad dumm was ich hier mache gehen dann nach vorne und dann also oh der baut er wieder ja ich seh den so scheiße na wo ist der typi ich will den erschießen was macht der da und wir gucken den typen zu der verredient oh scheiße mal na langweilig mach doch mal was zeig dein köpfchen ich zeig grad einfach drei folgen einfach nur als Sniper eigentlich wollte ich ja nach Schernow aber ich hab dann die Türmchen da hinten gesehen und gedacht ah das kannst du ja nochmal kannst du ja mal hin bewegen und dann bin ich einfach hier hingegangen er hat mich hier hingelegt und guck jetzt was der Penner da hinten macht um den zu erschießen wo ist ich hab vorhin echt gedacht kurz das wäre das wäre der Typ hier aber dann habe ich gesehen ja das ist der gar nicht wie man sich irren kann manchmal aber jetzt möchte ich den sehen und dann erschießen ich mach grad einfach mal so ganz kurz eine Session aber drei was mir spaß macht ich mag aber drei eben und jetzt mich mich in erfordern noch mal sehen komm zeig dich doch noch mal kleiner Mann wo solltet ihr denke ich irgendwie ist er das ist er das ne das ist der nicht boah das hab ich auch an ihm schon mal gedacht das ist der Typ hier ist aber ist der gar nicht boah boah ich möchte ihn doch einfach nur erschießen mehr will ich doch gar nicht egal boah ach der versucht hat seine Base aufzubauen richtig haaa schlauer Mensch mein aber ich möchte ihn erschießen mal sind die Leute alle da also alle da um für Base ist oder so allah die die Baller bewallern sich ja ich weiß wo am R4 da ist so so dahinten ist halt ist er ich höre ja die ganze Schüsse in der Zeit und jetzt guckte kurz ja da ist es R4 zeig dich doch bitte nur einmal kann man die ich hier was war das nochmal x ne ah doch das war das das wollte ich nicht möchte jetzt auch wenn ich stabilisität hätte das möchte ich jetzt nicht und brauche ich jetzt nicht ich möchte jetzt einfach nur den dahin erschießen damit ich mich endlich weiter bewegen kann könnte ich eigentlich so aber ich hab jetzt keinen Bock ich möchte den jetzt erschießen ich möchte es doch nur das dauert mir aber zu sagen wie lange wird das jetzt dauern ja gucken sehe ich hier ein paar Sniper 22 Meter mit dem LRR also 300 ich möchte zum R4 schießen dann macht der mein macht mein freund da hinten ich nenne jetzt mein freund mein kleiner freund da hinten der macht nicht der macht nicht viel also hab ich versucht glaube ich zu bauen aber ich hab ich behinder den manchmal wenn der und indem ich einfach mal schieße manchmal so denkt er sich der denkt er sich der Typ auch hä 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 der trifft doch nicht warum schießen der auf mich ja ich schieße auf den Typen dabei ich den erschießen will eigentlich weil gerade sehe ich ihn nicht den trifft ach man ich will ja noch was erschießen komm schon zeig dich doch einmal nein 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 was soll das nun geile naja hoffentlich überarbeite ich jetzt nicht überarbeite sich nicht gerade meine festplatte weil ich hab mir Mafia 3 wieder wieder install was sag ich mit dem LKW an kurz hoch und runter ah ist ein transporter und kurz hoch und runter ich möchte eigentlich gucken wir kurz vielleicht nur mal ich sehe nicht kann sie weg steht hier irgendwas wegen ne eigentlich nicht aber ich möchte es eigentlich bei Lothar und zum R fehlt und gucken ob da was los ist weil er ja ne mit einem mit dem gewähl was ich hab genau so hat geschossen wird mit dem R fehlt schießen auch wenn er so mega weit weg ist ich hoffe von da oben kann man gut auch sehr viel zielen kurz mal hinlegen kurz mal hinlegen und jetzt hab ich sogar noch ah was hab ich da hinten grad gesehen ach steine der Wagen ist demoliert da ist das Paket so so gucken 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 immer nur noch gucken ne ich sehe nichts seht ihr was liebe Leute und rüber aber ich werde angerufen er kann grad nicht egal muss ich gleich machen in den 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 k позerK ich wenn ich sofort fertig bin tin ist doch sicher der der cyrus geschossen alter ja ich habe reicht sieben minuten oder so reicht ich glaube danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer appfabend tschüss